Das Handy ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Auch in Ungarn lebt man seit 25 Jahren mehr und mehr mit dem Mobilfunknetz. Innerhalb einer Pressekonferenz im wohl höchsten Sendeturm Budapests zeigt die ungarische Telekom die Entwicklung des Mobilfunks in 25 Jahren auf. Heute ist auch in Ungarn modernste Technik im Einsatz, um das Mobilfunknetz einwandfrei auch weiterhin immer weiterzuentwickeln. Ein Blick vom Mobilfunkturm in Budapest ist schon beeindruckend. Doch beeindruckend auch das Innenleben des Turmes. Hier laufen Millionen von Gesprächen auf. Und es wird nicht weniger. Blicken wir weiter auf die nächsten 25 Jahre. Und auch in Ungarn ist man sich sicher, dass die schnelle Entwicklung im Mobilfunkmarkt nicht aufzuhalten ist.